in meinen liebe leutchen herzlich willkommen zurück in city skyline 2 schön dass alle man wieder da seid so dann machen wir mal hier wieder weiter aber gleich zum ganzen anfang liebe leute das vom letzten mal da das könnte ich nicht so lassen leute mich schon länger kennen die wissen dass ich da abgerissen habe und was neues in dieser zahle ich spreche von der autobahn aus ausfahrt und einfach und das könntet ihr euch ja bestimmt schon denken dass ich das gemacht habe ja gut dann wollen wir uns das mal angucken natürlich habe ich es abgerissen und wieder neu hingesetzt ich hatte einen kleinen denkfehler drinnen und dennoch dazu dass wir super jetzt die straßen ändern können und umbauen können und jetzt funktioniert das auch so wollte ich das eigentlich schon beim ersten mal machen wie gesagt ihr habt das alles wieder weggerissen hier neu hingesetzt so kann man es doch schon sehr angucken sogar noch schön mit bäumen jetzt hier so funktioniert das auch tadellos liebe leute und sind auch keine schlangen daher funktioniert da hinten brennt jetzt schon wieder geht ja schon gut los oder was meint ihr hier mit meiner ein- und ausfahrt so kann man es doch so ist doch super das war nicht ganz vielleicht auf millimeter aber das sieht natürlich besser aus als wie das andere davor muss man schon muss man schon sagen so ok dann werden wir mal weiter schauen wir haben alle nachfragen die es gibt die waren die freigeschalten sind ok krankenhaus nachgucken lager ist voll patienten 26 von 100 25 ok das sieht schon mal ganz gut aus die haben wir voll die ist überfüllt die kleine da kann man auch nicht machen feuerwehr sieht die feuerwehr aus sieht doch gut aus da brauchen wir noch nix machen bei der feuerwehr brauchen wir noch nix machen schule die schule ist schon wieder voll die werden wir mal updaten das muss so bleiben so und hier wollen wir mal glaube ich hier machen wir mal die kleinen höschen weg das sieht ein bisschen komisch aus hier drinnen muss man die hinsetzen hier zack ok und an dann sind natürlich schön meckern hier weil sie ausziehen müssen gleiche machen wir mal mit denen hier aus aus und so ok Verschwinden die alleine oder müssen wir Bagger holen? Ja, ich weiß, das tut weh, aber wir sind komisch aus, wenn wir das hier so stehen lassen. So. Okay. Kleine Häuschen setzen wir hier nochmal hin. Machen wir hier auf hinten voll. Machen wir auch gleich. Dazu machen wir hier so eine kleine Straße. Die wir hier anschließen. Oh. Oh vielleicht. Oh. So. Da raus. hier mal gucken eine querverbindung und von hier die sind wir hier an die gehen wir daran jetzt brauchen wir bis hier unten noch was zur landstraße vielleicht stromkasten im weg und so ok zur beruhigung setzen wir hier wir aber auch nicht messe problem wieder mit dem bogen so und hier haben wir jetzt alles voller kleine aber hier weiter bauen einer spielplatz auch kleiner spielplatz und hier in der schule machen wir hier noch ein paar kind noch mal auch an der schule dann geht es weiter hier mit hässchen kleines angewählt europa ist auch angewählt zack Haben wir. Hat es hier los? Nachfrage. Okay, wie eine Nachfrage. Können wir noch mal ein bisschen Industrie nachbauen? Vielleicht hier in dem kleinen Feld rein. Oh. Meilenstein 8 haben wir jetzt fertig. Deutendes Städtchen haben wir jetzt. Okay, super. Gucken wir gleich noch nach. Was da rausgebrochen ist. Was ist denn jetzt los? Ein Spiel. Das Spiel ist gecrasht, Leute. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Mein Spiel war gecrasht. Ich bin gespannt, ob noch alles da ist oder wie weit das zurückgesetzt wurde. Spiel an. Ich bin gespannt, liebe Leute. Ich darf alles noch mal neu machen. Oh, nee. Tatsache. Als ob wir erst frisch neu angefangen hätten. Ach, nee. Das ist ja auch was. Das ist ja super, ey. Ich habe noch gar nicht gehabt, dass das Spiel einfach gecrasht ist. Äh, nee. Das ist verkehrt. Anschalten. Kleine Straße. Oh, Mann, ey. Oh, das ist ja noch mal neu machen. So. Wir sind von hier. Ja. sehr witzig sehr witzig ich hatte mir so eine Mühe gegeben fast also noch mal anfangen ich hoffe, das Geld ist auch so geblieben so, dann hatten wir hier irgendwo die Schule so, Schule Parkplatz das kann man immer so schlecht erkennen Parkplatz so, Parkanlage gegenüber der Schule hier natürlich so und dann setzen wir hier noch einen hin hier am Strommasten so, jetzt noch mal ein Ding muss ich gleich noch mal speichern das machen wir auch gleich speichern hier speichern das war wieder von vorne anfangen müssen speichert ich habe auch die richtigen Häuser angeklickt ja äh umschalten dass es uns hier in die Bäume reingeht das war so, jetzt Einzünder. Ja, was ist denn jetzt was? Da war es. Parkplatz haben wir, bei Parks haben wir hier hinten. Brauchen sie vielleicht noch einen Parkplatz, weil ja... Wie man den denn unter... ... 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